Guten Tag! Hallo! Heute wieder auf Geocaching-Tour. Nach geschätzten 80.000 Treibminen, die ich mitgenommen habe, wahrscheinlich schlafen. Hier befinde ich mich an einem Ort, auf dem ich vermute oder davon ausgehe, dass hier ein Geocache liegt. Somewhere in this area. Ihr könnt auch mal raten, worum ich eine Sonne trage. Nicht, weil die Sonne scheint oder Wind ist. Da fragt man sich natürlich, wer ein Tölpel ist. Ich oder die da auf dem Baum sitzen? Na, ihr Tölpel! Ich hab das Scheiß Ding noch nicht gefunden. Auf dem IGBS sitze ich schon drauf. Aber ich werde hier keine Schrauben bewegen. Es wird langsam dunkel. Ich habe keine Lust, in der Dunkelheit über diesen Acker zu marschieren. Übermorgen geht auch. Und tschüss! Ich werde mich sonst noch prinschieren, damit ich meine Schrauben des Schrauben des Schraubcher ist. Ich werde hier bitte auch ein Kader machen. Übermorgen geht es um ein Kader machen.